Okay. Also, noch mal schönen guten Morgen. Ich freue mich, zu Pfingsten in Freudenstadt zu sein. Ich habe ja gesagt, hey, das klingt gut. Wow. Genau. Ja, ich war noch nie im deutschen Weibelwelt, aber das ist schon ein Vorrecht, auch hier zu sein. Der Klaus hat uns ja am Wissen vorgestellt. Und ich wünsche nicht so viel mehr Zeit dazu nehmen, weil das ist ja letztendlich auch nicht das Wichtigste. Nur ganz kurz, ich komme ursprünglich aus Norwegen, aber bin seit vielen, vielen Jahren in Deutschland. Also, ich kam in den 80er Jahren nach Deutschland und war mit einer Gruppe Bibelstüter hier, von einer Kurzbibelstüte in Norwegen, und wir wollten evangelisieren hier in Deutschland. Und das haben wir gemacht. Und dann ist mir etwas passiert, womit ich nicht gerechnet hatte. Diese Dame ist mir über den Weg gelaufen. Und da habe ich gesagt, ich glaube, Gott hat einen Ruf in Deutschland für mich. Na ja, das ist ein Weg, der in der Führung Gottes. Und ich finde es immer schön, dass das Gott, wenn uns führt, nicht immer nach mit Engeln und Mega-Visionen kommt. Tut aber auch manchmal, aber oft auch sehr natürlich. Und ja, das ist die zweitbeste Entscheidung meines Lebens, dass ich diese Frau geheiratet habe. Die erste war, dass ich Jesus angenommen habe. Aber auf die beiden Säulen steht mein Leben, sozusagen. Genau. Thema für heute, für diese Pfingst-Tolpes-Dienst, ist ja entflammbare Christen, oder wie wir leicht entflammbare Christen werden. So, und ich denke, es steht hier ein bisschen auf der Hand, wenn man dieses Thema hört an Pfingsten, dann ahnt man schon, was kommen könnte. Und zwar, wir können ja jetzt, da haben wir es ja, Entflammbarkeit, Wir wissen ja, was mit Entflammbarkeit ist auf sich hat. Und Entflammbarkeit hat natürlich damit zu tun, wie leicht an Material Feuer fängt. Wenn es in Berührung mit Sitze oder mit Feuer kommt. Und es ist ja dieses Phänomen, dass verschiedene Materialien können da sehr unterschiedlich sein. Es gibt Materialien, die sehr schnell Feuer fangen, und dann gibt es Materialien, die sehr schwer Feuer fangen. Und der Grundgedanke meiner Predigt, das ahnt man vielleicht auch, wenn man den Titel hört, in Verbindung mit Pfingsten, ist genau dieser, dass so wie es beim natürlichen Feuer unterschiedliche Materialien gibt, was Entflammbarkeit betrifft, so kann es auch unterschiedlich sein, oder ist es unterschiedlich, wie entflammbar Christen sind, wenn es um das Feuer des Geistes geht. Und selbstverständlich ist es ein Anliegen Gottes, sollte auch unser Anliegen sein, dass wir in diesem Sinne leicht entflammbare Christen sind oder werden. Ich möchte da vielleicht gleich einen Unheil schieben, wenn ich sage, entflammbar, meine ich nicht in erster Linie die emotionale Reaktion auf das, was Gott tut. Obwohl, nein, wenn der Geist heute sich bewegt, wir merken ja auch vom Lobkreis, das wird mir die Emotionen ganz ausgelassen, das ist schwierig, sollte man auch nicht, aber das ist natürlich nicht im Vordergrund, dass man nur eine große emotionale Erfahrung hat, sondern mit entflammbar meine ich vielmehr, wie beweglich wir sind, wie ansprechbar wir sind, wie leicht es ist für den Geist Gottes, diesen Mann hier zu bewegen. Das meine ich mit entflammbar. Und ich glaube auch, dass wie entflammbar wir sind, sehr stark von uns abhängt. Natürlich will Gott uns dabei helfen, dass wir entflammbare Christen werden, aber es hängt vor allem von uns ab. Und ich möchte heute einfach drei Dinge nennen, die aus meiner Sicht entscheidend dafür sind, wenn es darum geht, entflammbare Christen zu sein. Das erste ist einfach dieser Punkt, schon mal, ob das funktioniert. Jetzt sind wir zu weit. Jetzt sind wir drei zu beantworten. Ja, ich rufe dir rechts. Ja, damit. Also, dass wir Ihnen gegen den Geist Gottes gegenüber hilfswillig bleiben. Das heißt, keinen Lebensstil pflegen, denn eben, also direkt oder indirekt, sind signalisiert, dass wir auch ohne ihn recht gut zurechtkommen. Und hier ist ein Punkt, der mir in den letzten Jahren immer bewusster geworden ist. Und zwar, es geht ja heute um den Helfer, es geht um den Geist Gottes, dass der Heilige Geist tatsächlich diese Identität hat, dass er ein Helfer ist. Ein Tröster, Beistand, der zur Unterstützung herbeigerufen hat, aber er ist ein Helfer. Und weil das so ist, weil er ein Helfer ist, und er zu dieser Identität steht, also ich bin mir ganz sicher, dass der Geist Gottes genau weiß, welche Aufgabe er von Gott bekommen hat, und er bleibt in dieser Aufgabe. Wir können ganz sicher sein, dass er seine Aufgabe immer erfüllt. Der Heilige Geist hat uns nie, stich das. Aber er weiß selber ganz genau, dass er diese Identität hat, er ist ein Helfer, und weil es so ist, weil er ein Helfer ist, drängt er sich in der Regel nicht auf in unserem Leben. Es gibt vielleicht Ausnahmen, also wo der Saulus zu Paulus wurde, das war schon, das war schon eine Überraschung. Aber das ist doch eher die Ausnahme, denke ich, das Normale ist, dass er sich nicht auftränkt. Stattdessen hält er Ausschau, inwieweit unser Leben, mein Lebensstil, signalisiert, dass wir seine Hilfe brauchen und haben wollen. Wenn das der Fall ist, schaltet er sich ein, wenn nicht, bleibt er in der Regel in einer Art Wartestellung oder Standbeimodus. Mit anderen Worten, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein Helfer, der sich als Helfer versteht, kommt nur zur Geltung, wenn Hilfsbedürftigkeit gelebt und das signalisiert wird. Ein Helfer steht da und sagt, ich möchte gern helfen, aber wenn ich den signalisieren, na ja gut, also brauchst du nicht, ich meine, ich komme auch so ganz gut zurecht, dann sagt, okay, schade, ich könnte dir gut helfen und ich habe mehr Kraft als du eigentlich, aber die Tatsache ist wirklich, dass er darauf wartet, dass wir diese Hilfsbedürftigkeit leben. Und das ist ein Punkt, der mir in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Früher habe ich vielleicht noch mehr in diesem Traum gehabt, der hat mir schon kämpfen und und Handsteigen und irgendwie wird der in Gott irgendwie was machen. Aber ich habe immer mehr gesehen, dass der Gott, dass der Geist Gott sagt, ja, ich bin ein Helfer. Wenn du mich ranlassen würdest, wenn du dich trauen würdest, mir gegenüber etwas hilfsbedürftiger zu sein, dann könnte ich mehr ran leben. Und es gibt eine sehr schöne Bibelstelle im Alten Testament, die diese Wahrheit sehr gut symbolisiert oder zum Ausdruck bringt. Und die, glaube ich, wo es war hier, die steht, hier auch auf der Folie. Zweite Könige, Kapitel 4, Vers 1 bis 7. Und das ist eine recht bekannte Bibelstelle und weil ein relativ viel Text ist, das sind nur 7 Verse, aber es ist relativ viel Text für die Folie, deswegen lese ich es einfach vor. Die Witwe von einem der Propheten, Jünger, rief Elischa um Hilfe an, mein Mann ist gestorben und du weißt, dass er Jahwe, also dem Herrn, treu gedient hat. Nun ist der Gläubiger gekommen und will für das Geld, das wir in Schulden meine beiden Söhne als Sklaven nehmen. Elischa erwiderte, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du noch im Haus hast. Deine Dienerin hat nichts mehr im Haus, als nur ein kleines Öl, erwiderte sie. Dann geh und leihe dir von all deinen Nachbarinnen leere Gefäße aus, alles, was du bekommen kannst. Geh dann ins Haus, schließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen ab und gieß das Öl in die Gefäße. Wenn eins voll ist, stell es beiseite. Sie machte es so und schoss die Tür ab. Dann reichten die Jungen in die Gefäße und sie goss rein. Als alle Gefäße voll waren, sagte sie zu dem einen Jungen, gib mir noch eins. Es ist keins mehr, sagte er. Da hörte das Öl auf zu fließen. Das letzte Mal, wo ich sozusagen für Klaus gepredigt habe, da habe ich genau über diesen Text gesprochen. Eine andere Predigt, aber ich habe diesen Text genutzt. Da hörte das Öl auf zu fließen. Die Frau ging zu dem Mann, Gottes und berichtete es ihm, der sagte, nun gehe, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden von dem, was übrig bleibt. Kannst du mit deinen Söhnen leben. Ich finde, dass diese Bibelstelle sehr gut ist in diesem Gedanken Ausdruck der Hilfsbedürftigkeit. Öl steht da in der Regel für Heiligen Geist. Und ich habe den einen Satz, worauf es ankommt, habe ich kurz wiederholt. Es steht, als keine Gefäße mehr da waren, hörte das Öl auf zu fließen. Und einmal vor sechs Jahren, wo ich diese Stelle gelesen habe, sprach wirklich der Gast Gottes zu mir und sagte, das Öl hat nicht aufgehört zu fließen, weil kein Öl mehr da war, sondern hat aufgehört zu fließen, weil keine leeren Gefäße da waren. Und das hat für mich diese Wahrheit so stark unterstrichen, dass Hilfsbedürftigkeit dem Geist gegenüber leeren Gefäße steht für Hilfsbedürftigkeit. Wir brauchen dich. Das ist so ein wichtiger Punkt, der dem Geist Gottes gegenüber signalisiert, dass wir ihn brauchen und darauf reagiert er. Wie gesagt, er ist ein Helfer, er schaut zu und wenn mein Leben signalisiert, ich brauche dich, dann tritt er in. Und ich möchte jetzt einfach zwei, drei verschiedene Beispiele nennen, was es bedeutet, oder wie es konkret aussehen kann, Hilfsbedürftigkeit zu leben. Wer es jetzt tut für die Gegenwart Gottes? Das sind nur ein paar Beispiele, weil Hilfsbedürftigkeit ist so ein Schlagwort oder so eine Überschrift und ich wollte es einfach versuchen, es ein bisschen konkreter zu machen. Wie sieht Hilfsbedürftigkeit im Geist Gottes gegen den ganzen Kretos, das eine ist Wertschätzung für die Gegenwart Gottes, das heißt, wenn die Gegenwart Gottes und die Gemeinschaft mit ihm in unserem Leben eine reale Rolle spielen, einen echten Stellenwert haben, dann ist das eine Art und Weise leere Gefäße zu sammeln. Und das geinhaltet auch, ohne jetzt ein Leistungsdenken daraus zu machen, dass ich für ihn Zeit habe, dass ich nicht einfach an ihn vorbeilebe. Das würde ich nicht von Leistungsdenken bewusst stundenlang die Sonnienes machen, aber es geht darum, dass wir nicht an ihm vorbeileben, dass ich wirklich Zeit habe, ihm und seine Gegenwart Aufmerksamkeit zu geben. Und umgekehrt gilt es auch, wenn seine Gegenwart keine wesentliche Rolle in meinem Leben spielt und ich mehr oder weniger daran vorbeilebe, dann ist das ein Ausdruck dafür, dass ich meine, auch ohne ihn zurechtzukommen. Das ist tatsächlich ein Maßstab, also wenn ich für Gott eigentlich keine Zeit habe oder keine Zeit habe, auf ihn zu hören oder ihm Aufmerksamkeit zu geben, dann signalisiert das ihm nach, es läuft auch ohne nicht. Das meinen wir wahrscheinlich nicht, aber das signalisiert ist. Und deswegen eine Art und Weise, wie wir leere Gefäße sammeln, wie wir Hilfsbedürftigkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, ist, dass wir nicht an seiner Gegenwart und an seiner Person vorbeileben. Und ein berühmtes Beispiel für diese Wertschätzung für die Gegenwart Gottes ist natürlich ein sehr starkes Beispiel, aber sehen wir bei König David, wo er diese Worte singt zum Herrn, wie ein Hirsch nach frischem Wasser wächst, so sehne ich mich nach dem Gott. Ich dürste nach Gott, nach dem Leben in Gott, wann darf ich in seinem Tempel kommen, wann darf ich wieder vor ihm treten. Also das ist eine Art und Weise, wie du und ich leere Gefäße sammeln. Und das wollen, ich glaube, wir sind ja hier, weil wir leere Gefäße sammeln wollen. Also Leistungsdruck zu machen, aber dass wir nicht an ihn vorbeilegen, dass wir Zeit haben für ihn und wenn wir das nicht so oft getan haben, nur in ganz kleinen abgemessenen Portionen sozusagen, aber lebe ich an ihn vorbei. Wir können es nicht leisten, an ihn vorbeilegen. Okay. Eine weitere Art und Weise, wie wir Hilfsbedürftigkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen oder dem Geist Gottes gegenüber ist, dass wir grundsätzlich bereit sind, uns im Glauben zu bewegen, uns kleine Glaubensschritte zu gehen, dadurch zu wachsen. Und wenn wir nochmal nachdenken, Glauben hat immer mit der Bereitschaft zu tun, sich über eigene Grenzen hinauszuwagen und von Gott abhängig zu werden. Das ist Hilfsbedürftigkeit. Ganz berühmtes Beispiel aus der Bibel, wo Pilzen auf dem Wasser gehen, hat er sich von Gott nun hervlich sehr abhängig gemacht. Das ist ein sehr dramatisches Beispiel. Glauben hat immer diese Eigenart, dieses Charakteristikum, dass es bedeutet, sich über eigene Grenzen hinaus zu wagen im Vertrauen darauf, dass Gott uns trägt. Und warum diese Bereitschaft, den Ungarn mit dem Heiligen Geist, entscheidend ist, liegt auch auf der Hand, denke ich, nämlich die Dimension des Heiligen Geistes ist größer als unsere. ist größer als meine Dimension und deswegen, wer mit dem Heiligen Geist Dinge erleben will, kann nicht immer im Sicheren bleiben. Also wer mit dem Heiligen Geist etwas erleben will, muss bereit sein, zumindest kleine Glaubensschritte zu machen. Also ich bin ja froh, dass Gott nie zu uns kommt und gleich Megaschritte von uns erwartet, aber so kleine Schritte im Glauben sind notwendig, wenn wir mit dem Geist Gottes etwas erleben wollen, warum? Weil seine Dimension größer ist als unsere. Er sagt, wenn alles nur in deiner Dimension bleibt, dann brauchst du mich ja nicht, aber wenn es über deine eigene Dimension hinaus gehen soll, dann brauchst du mich an. Ich sage Gott gleich, auch wenn zunächst bei dem kleinen Engen anfängt, Glaubensschritte zu machen, und das kann man ja auch konkret sich vorstellen, das fängt schon bei der Geistestaufe an, bei der Pfingsten Erfahrung, wenn es zum Beispiel darum geht, in andere Sprachen zu trennen. Es kommt ja vor, habe ich mitbekommen, dass Leute, die sie gerade so empfangen, dass die Kraft Gottes einfach so gewaltigt über sie kommt, dass sie gar nichts anderes können. Das war bei mir nicht so. Also ich habe schon , da kam schon die Kraft Gottes bei einem besonderer Situation so stark, da bin ich einfach hingeworgen, ich habe noch bis da nicht gewusst, dass es das gibt, aber ich habe immer auch gedacht, dass Gott kommt und quasi kein Transistor war, wenn wir rein leben, anfänglich anzusprechen. Ich weiß nicht, ob jemand das erlebt hat, bei mir war es nicht so. Es kam zu dieser Situation, dass ich mich trauen musste, mich in Bewegung zu setzen, was Gott mir gibt und dann kam wie eine Sprache. Aber ich habe mehrere Monate gebraucht, bis ich so weit war. Ich habe ja gesagt, ich bin leidenschaftlich und habe einen Kopf, wie das manchmal zusammen bekommen soll. Das werde ich Gott im Himmel fragen, wie er sich das gedacht hat, dass er mich aus beides gedacht hat. Aber das ist so. hat es schon gut gemacht. Man muss bereit sein, gewisse Glaubensschritte zu gehen, um mit dem Geistgott etwas zu erleben. Oder wenn er mit Geistesgarten durch uns wirken geht, ob es ein prophetisches Wort ist, oder der Geistgott ist uns trennt, für jemanden zu beten, zur Heilung. Klar brauchen wir Weisheit. Es gibt immer die Möglichkeit, einen Fehler zu machen, aber man muss auch bereit sein, sich in Bewegung zu setzen. Und direkt daran, Glaubensschritte zu tun und Hilfsbedürftigkeit, das passt zusammen. Ich setze mich in Bewegung und Glauben und das drückt aufs Gott. Wenn du mich jetzt eingreifst, dann war es Gottix. Oder wenn er uns bringt, jemandem Zeugnis zu geben, kann auch eine Rolle spielen, wenn es darum geht, in neue Dimension des Lobpreises hineinzukommen, es kommt mir schon vor, Leute Lobpreis gerne mitmachen, aber immer sehr, sehr zurückgehalten sind innerlich. Und da kann es auch sein, dass man kleine Glaubensschritte gehen muss, dass man sagt, okay, ich bin jetzt bereit, meine Hände verheben und mich einfach von dir ein bisschen treiben zu lassen. Also, wir sammeln leere Gefäße, wir drücken dem Geist Gottes dem Helfer Hilfsbedürftigkeit aus, durch Wertschätzung für die Gegenwart Gottes, wenn wir grundsätzlich bereit sind, Glaubensschritte zu gehen, und ich nehme nur noch einen Punkt mit, das sind drei verschiedene konkrete Auswertungen in der Hilfsbedürftigkeit, eine Haltung der Belehrbarkeit Gott und seine Worte gegenüber. Also, egal, wie viel wir bereits wissen, oder egal, wie viel wir bereits erlebt haben, sollten nie zu stolz sein, Neues von Gott zu lernen oder zu erfahren. Wie viele von euch wissen, dass man bei Gott nie ausgelernt hat? Ich bin 62 Jahre alt und, ich habe gehofft, dass jemand sagt, ach, so siehst du ja nicht aus. Nein, nein, ich weiß schon, wenn ich jemand frage, dann redet man offen, ja, bald 60. Und ich bin, jetzt drei Jahrzehnte Pastor, es gibt vieles, was ich nicht weiß. Wer meint, er hat bei Gott ausgelernt, denkt einfach, weil ich lebe. Gott ist so viel größer als das, was wir bisher gelernt haben oder gesehen haben. Er ist unendlich. Deswegen, es kann passieren, Wissen oder Erfahrungen können gelegentlich eine ungesunde Sannheit bewirken und das ist ganz gefährlich, wenn wir diese Haltung entwickeln, ja, das kenne ich schon. Hast mir nicht erzählt, also ich kann immer so lange im Prinzip kann keiner mit groß etwas beibringen, oh, danger, das trifft bei niemandem, auch bei den allergrößten, gesamtesten Prediger trifft es nicht. So, das ist das Gegenteil von der Hilfsbedürflichkeit, die wir brauchen, um in der Fülle des Geistes zu leben. Und klar, Belehrbarkeit bedeutet natürlich nicht, dass wir alles, was neu oder unbekannt ist, unkritisch und ungeprüft annehmen, aber wir sollten auch nicht so stolz sein, wie ich gerade gesagt hatte, Neues zu lernen und zu erfahren. Schönes Beispiel für eine gesunde Belehrbarkeit finden wir auch in der Postgeschichte. relativ bekannt, wo der Apostel Paulus bei seiner zweiten Missionsreise ist er in Mazedonien angekommen, er war erst in Thessalonik und wurde dort nicht gut angenommen von den jüdischen Menschen, die dort lebten. Dann ist er mit seinem Team nach Berühr weitergereist. diese schöne Beschreibung, wie hier steht, die jüdischen Behörer waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonik. Und das heißt nicht, dass sie gesagt haben, alles was nur ist, ist gut. Aber mit großer Bereitwilligkeit, das Wort Bereitwilligkeit unterstreichen, mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift um zu prüfen, ob das was Paulus lehrte mit den Aussagen der Schrift überhaupt nicht stimmt. Also die wollten prüfen, die wollten wissen, es muss handeln, wo sagen, es muss schriftgemäß sein, aber wir wollen nicht denken, wir wissen schon alles. Okay? So das sind einige Beispiele dafür, was es heißt, Hilfsbedürflichkeit dem Geist Gottes gegenüber zu leben. Und das mit der Hilfsbedürflichkeit, das ist der größte Punkt gewesen in dieser Predigt. Ich habe zwei weitere Schwerpunkte, aber die kommen mir etwas schneller durch. Aber bisher habe ich auch nichts. Zweiter Punkt. Wie werden wir in Flammbach Christen lieben? Werden wir Menschen, die bewegbar sind für den Geist Gottes? Das ist, worum es geht. Und ich möchte, solange ich lebe, möchte ich jemand sein, der vom Geist Gottes sich bewegen lassen kann. Ich möchte nicht in einer geistlichen Wüste sitzen und sagen, oh, wie war das schön, oh, wie war das schön, und die Zeit in Würzburg, da haben wir tolle Sachen erlebt. Ich möchte im Zentrum dessen sein, was Gott tut. Deswegen, mir ist das Anliegen für mich selber, ich möchte ein entflammbarer Christ sein. Ich möchte jemand sein, der bewegbar ist vor Gott. Das ist ein furchtbarer Gedanke, dass irgendwann Gott sagt, die brauche ich gar nicht anzusprechen, die bewegst ja gar nicht. Also, das möchte ich nicht. Also, ich möchte Hilfsbedürftigkeit dem Heiligen Geist gegenübergeben. Das habe ich jetzt gerade gesagt, was das beinhaben kann. Zweiter Punkt, dass wir lernen und üben darauf, zu nehmen, was Ihnen gefällt oder nicht. Und daran sensibel werden. Wenn ich jetzt ab und zu ein bisschen emotional werde, dann hat es damit so tun, dass ich auch leidenschaftlich bin. Halleluja. Wir haben den Pfingsten neu, oder? Yes, sir. Also, dass wir lernen, üben nach Aufrucks zu nehmen, was Ihnen gefällt oder nicht. Ah, was gefällt mir. Und darin sensibel werden. Warum hat das Bedeutung? Weil es mit Wertschätzung zu tun hat. Das heißt, wenn nur eine Person wertschätzt, egal wie das ist, wenn nur eine Person wertschätzt, ist es dem nicht egal, wie sie sich fühlt. Wenn nur eine Person, die dir sehr wichtig ist, zu einem Pfingst einlädst und sagt, hey, gehst du mit mit der Hände. Dann ist es dir wichtig, wie diese Person sich da fühlt. Du möchtest nicht, dass sie dahin kommt und dann alles brech mit an. Hier ist nichts für mich los. Du möchtest, dass sie sich wohlfühlt, dass sie sich wertschätzt fühlt. Und in diesem Punkt hat der Heilige Geist mit uns eine Ähnlichkeit aufgepasst. Der hält sich dort am nächsten auf. Das heißt, er manifestiert dort seine Gegenwart, wo er wertgeschätzt wird. Und er spürt das schon. Und er ist auch keine Mimose. Er ist nicht so, dass er das alles falsch verstanden hat. Er hat das falsch verstanden. Nein. Okay. Darauf Rücksicht zu nehmen, was ihm gefällt oder nicht. Wie das konkret aussehen kann, auch, ja nicht auch nur ein paar Beispiele, dadurch, dass wir uns nicht leichtfertig Lieblosigkeit und Ähnliches hingeben oder praktizieren. Ich spreche sagst du so, dass wir uns nicht leichtfertig Lieblosigkeit hingeben oder praktizieren. Ich glaube, dass keiner bei uns durch das Leben gehen kann, ohne mal festzustellen, jetzt mach ich die los. Ich bemühe mich immer, gut zu meiner Vorstellung sein. Ich glaube, ich bin es auch meistens. Aber ich bin nicht immer perfekt. Es heißt nicht, du musst perfekt sein. Aber es geht darum, wie gehe ich damit um, wenn ich merke, dass sowas bei mir war oder dass sowas sich bei mir einschleichen will. Na ja, sind ja andere Menschen sollen sich nicht so anstellen oder ist es mir ein Anliegen, das wir in Ordnung zu bringen. Also es geht um diese Haltung nicht leichtfertig sich Lieblosigkeit und Ähnliches hinzugeben. Das darauf reagiert der Heilige Geist. Der Heilige Geist reagiert nicht nur auf Lund weiß. Das mag ja auch alles, was Jesus verherrlicht mag. Aber das ist ein Punkt, da guckt er hin. Ich kenne wahrscheinlich diese Stelle in Epheser 4, Vers 29 bis 32, eigentlich reden nicht schlecht von anderen, sondern hat der Gottes Gott für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll ihr freit und ermutigend sein, eine Wohlheit für alle. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Lösung kommt. Mit Bitterkeit und Ausbrüche und Sorgen soll nichts mehr zu tun haben. Redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid viel mehr freundlich und vergeben aneinander so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Wie gesagt, not as perfect, aber es geht auch wirklich mit diesen Dingen um. Wenn ich feststelle, etwas stimmt da in meinem Lebensmann, Geschwister, nichts ist damit um. Ich habe vor ein paar Jahren auf übergemeindliche Ebene etwas erlebt, wo ich mich angefangen habe, von einigen anderen Pastoren, mit denen ich zu tun hatte, in Würzburg, innerlich zurückzuziehen. Und ich habe es nicht gemerkt, ich habe gedacht, ich spinne nicht. Die haben es ja unnötig genommen, ich meine, ich fand es völlig okay. Und diese Dame hier, sie ist prophetisch verankert. Und sie hat in einem Gottesdienst ein Wort gehabt, dass jemand sich vom Leib Christus zurückziehen würde, weil der Leib Christi Fehler gemacht hatte. Und Gott hat gesagt, stell die Verbindung wieder her. Ich hatte keine Ahnung, was das für mich war. Ich habe nachher zu gesagt, das war für mich. Und ich sitze nie da im Gottesdienst und denke, das war für mich. Ich hatte fast nie das Gefühl, dass es etwas, was für mich ist. Aber in jedem Moment wusste ich denken, du bist gemeint. was hat angefangen zu laden. dann bin ich beim nächsten Treffen, wenn ich zusammen war, bin ich hin. Ich habe mich entschuldigt, tut mir leid. Da lage ich nicht ganz richtig. Das gefällt Geist. Amen? Keiner von uns ist perfekt im Deal. Es gibt immer die Möglichkeit, etwas was in die gestellt wird. Wir müssen das perfekt sein. Nein, aber hast du nicht leichter damit gefunden? Höre, auf dem Geist Gott ist. Das ist ein konkreter Beispiel dafür, wie wir lernen, was ihm gefällt oder nicht. Zweiter Punkt geht vielleicht in die Wurstberatschaft. Das ist unser Herz nicht bei Herden, wenn er zu uns gerichtet Bereiche, wo Umkehr rein und dran ist. Echte Umkehr führt immer dazu, dass das Feuer des Geistes mehr Raum in uns bekommt. Immer. Echte Umkehr wo das dran ist. Es führt immer dazu, dass das Feuer des Geistes mehr Raum in uns bekommt und heller in uns brennt. Und wichtig, es geht nicht dabei, es geht nicht darum, gut genug sein zu müssen. Paulus sagt so klar in Galatero 3, dass Gott den Geist gibt aus Gnade auf Grund des Glaubens und nicht auf Grund des Gesetzes. Also wir müssen es nicht verdienen. Es geht nicht darum, dass wir gut genug sein müssen. Es geht darum, dass wir lernen, für den Geist Gott sensibel zu nehmen, zu sein, ihn einfach ernst zu nehmen. Okay? Also Hilfsbedürftigkeit vom Geist Gottes gegenüber. Wertschätzung, äh, lernen, darauf Rücksicht zu nehmen, was ihm gefällt. Und der letzte Schwerpunkt ist dieser, dass wir nicht aus den Augen verlieren, warum Gott uns seine Kraft gibt. Nicht nur, damit wir selbst gesegnet sind, sondern damit wir ein Segen für andere sind. Deswegen gibt uns Gott seinen Geist, deswegen gibt uns seine Gaben, nicht nur, damit wir sagen, ich habe jetzt auch eine Gabe, sondern seine Kraft ist dazu da, damit wir klar, auch damit, auch um uns zu erfreuen, um uns zu segnen, keine Frage, soll es auch für uns ein Segen sein, Ausrichtung, dass wir durch die Kraft Gottes befähigt sind, befähigt werden, ein Segen für andere zu sein, und das sehen wir im Neuen Testament immer wieder, wenn es um die Gabe des Heiligen Geistes geht, wenn es um die Kraft des Heiligen Geistes geht, einige Geschäfte haben, hier im 1. Korinther 14, 12, wo es um die Geistesgaben geht, da sagt der Apostel Paulus, als er auch ihr bei Eifrig nach Geistes es soll uns nicht egal sein, ob der Geist Gottes wird oder nicht. Ich bin in einem Zusammenhang aufgewachsen in Norwegen, das ein Grund, warum ich hinzulär wurde, weil ich habe in der Bibel gelesen von diesem Gaben des Heiligen Geistes und da wo wir waren, war nichts. Und als junger Mensch mit Fragen und Bohrwunde Haltung habe ich den gefragt, was ist los? Und die sagen, ja, ich stehe da, der Geist wirbt, wie er will. Also die Schlussfolgerung war, er will eigentlich nie. Und ich bin da so gekommen, dass es falsch und irgendwie mit Umwelge wenig bei dem Dickstab gelandet und uns noch nicht alles vollkommen, aber da habe ich etwas anderes verlebt. Also wir sollen da nach trachten, die sollen trachten, nach Geisteswirkungen, strebt aber danach, dass es so hat warum der Gemeinde Überfluss hat. das ist der dritte Schwerpunkt, dass wir nicht aus den Augen verlieren, warum Gott uns seine Kraft gibt, damit wir selber Freude daran haben, aber damit wir selbst ein Segen für andere sind. Und das sollte auch die Motivation sein, wenn wir Gott und seine Kraft bitten, dass wir noch mehr befähigt werden, durch seine Kraft ein Segen für andere Menschen zu sein. Und in diesem Zusammenhang sollten wir auch nicht vergessen, es gibt einen besonderen Zusammenhang zwischen Pfingsten und unserem Zeugendienst, oder dieses Anliegen, dass Menschen Jesus kennenlernen sollen. Und das ist das, was Jesus gesagt hat, kurz vor seiner Himmelfahrt, wo er angekündigt hat, dass der Geist Gottes kommen würde, zehn Tage vorher, das hat er zehn Tage vorher vor Pfingsten gesagt, sagte er, aber wenn der Heilige Geist auf ihn herab kommt, wird er in seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judea und Samarien und in den entferntesten Händen der Erde. Amen. Das ist die Grundgedanke dieser Predigt. Ich denke, man hat es eigentlich nicht verpassen können, aber ich sage es trotzdem. Wie viel ein Feuer bewirkt, wie stark es sich auswirkt, hält nicht nur von Feuer selbst ab, Gott schenkt Feuer, sondern genauso vom Material ein bisschen, es hat auch ausgetreut, mit dem es in Berührung kommt. Darum ist es anhandigen, wo es uns wieder ein wachsen, flammbare Christen zu sein, und deswegen sollte es uns auch ein Anliegen sein. Und ja, natürlich brauchen wir in dem Punkt, in diesem Prozess, immer entflammbarer zu werden, die Hilfe des Heiligen Geistes, klar, auch da brauchen wir seine Hilfe, aber es hat auch sehr viel Medaille und meine Bereitschaft zu tun. Die Bereitschaft, darin zu wachsen, hilfsbedürftig zu sein dem Geist Gottes gegenüber, die Bereitschaft, darin zu wachsen, darauf Rücksicht zu nehmen, was den Heiligen Geist gefällt oder nicht? Irgendwie sagt Gott, äh, dauernd zu Geld. Ja. Der Heilige Geist ist keine Nibose, aber ist eine Taube. Amen. Unter die Bereitschaft, darin zu wachsen, die Kraft des Heiligen Geistes nicht nur als ein Segen für uns zu sehen, sondern als eine Befähigung zu sehen, die uns helfen soll, ein Segen für andere zu sein. Und in diesem Sinne wünsche ich uns den Segen Gottes. Ich nehme wieder einmal an, es wird nachher auch an, äh, ein Druck geben, dass man das beten lassen kann. Und Gott berührt gern. Amen. 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 Amen.